Der Vorstandsvorsitzende von Leverkusen blickte traurig auf die Rückkehr des Stars zum FC Bayern München. Fernando Caro, CEO von Bayer Leverkusen, gab zu, dass Josip Stanisic hinter dieser Saison zu dem FC Bayern München wiederkommen wird. Josip Stanisic ist ein Spieler, den Bayer Leverkusen von dem FC Bayern München ausgeliehen hat. Der kroatische Nationalspieler hat in dieser Saison eine sehr beeindruckende Meriten gezeigt und zu dem Jahresabschluss der Heimmannschaft in der Bay-Arena beigetragen. Stanisic ist echt vielseitig, da er wie Innenverteidiger, Rechtsverteidiger oder Mittelfeldspieler spielen kann. Er hat in dieser Saison vier Tore und fünf Assists. Natürlich möchte Leverkusen Stanisic hinter seiner Leihfrist behalten, doch der 24-jährige Star scheint wiederkommen zu wollen, aufgrund dessen sich bei dem FC Bayern München zu behaupten. CEO Fernando Caro sagte, die Kontext mit Josip ist, dass er noch einen Kontrakt bei dem FC Bayern München hat. Wenn sich nichts ändert, denke ich, dass er zu dem FC Bayern München wiederkommen wird. Wenn Josip weitere Wünsche hat, wird er oder der die das sei nicht je Vertreter auf jedweden Abfallen mit uns sprechen. Aber dasjenige passiert in dem Indizienbeweis nicht. Über die Säser und jene Möglichkeit? Besagten Star für 18 Millionen Euro ohne Umweg zu kaufen, hat Leverkusen bislang keine Gespräche mit Bayern München geführt. Dennoch platzieren sich vor dem Anpfiff in dem Berliner Olympiastadion noch ausgewählte Fragen. Gegen Zweitligist Kaiserslautern ist Bayer festgelegt favorisiert. Bayer will der die das sei nicht je Saison zu einem guten Ende bringen, als Trainer Schabbi Alonso vor dem Zweikampf mit Zweitligist 1. Nach dem Marge des ersten Meistertitels der Klubgeschichte strebt die Säser und jene Werkself den Sieg in dem DFB-Pokalfinale an. FC Kaiserslautern erklärte. Allerdings sind vor dem Anpfiff in dem Berliner Olympiastadion noch ausgewählte Fragen nicht final beantwortet. Wie wirkt die Säser und jene Aufgabe in dem Finalspiel der Europa League von Dublin hinter? Die Enttäuschung zusätzlich dasjenige klare und verdiente 0 zu 3 in dem Europa League Finalspiel gegen Atalanta Bergamo wirkt immer noch hinter. Die Anfragestellung ist schon als, wie Dämpfer oder wie Ansporn? Die ersten Aufgabe hinter 51 ungeschlagenen Spielen wirft unverstellt die Säser und jene Anfragestellung hinter den Auswirkungen auf. Wer in diese Säser und jene frustrierten Gesichter der Werkself-Profis hinter dieser Endspielaufgabe sah, geht davon aus, dass Bayer mit wesentlich Wut in dem Bauch gegen den FCK zu finden sein wird. Trainer Schabbi Alonso erklärte, nach dem Glücksspiel an dem Mittwoch habe ich dasjenige Gefühl, dass unser Hunger und unser Wille noch überlegen sind, aufgrund dessen wir den Schmerz noch spüren. Der Schmerz, er sei frisch. Also sagte der Baske, wir zu tun seien ihn auf die Säser und jene richtige Betriebsmodus und Formgebung nutzen. Jedem in dem Klub ist bewusst, dass es einen negativen Ausklang dieser Saison zu vermeiden gilt. Aufgrund dessen hinter dem Meistertitel bar Aufgabe alternativ erneut bissige Bemerkung zusätzlich Bayer 04 ausgeschüttet würde. Soljulus Wir Förder Milwaukee 75 길 Langung Vi